Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Lisa Frankenstein, oder Frankenstein, der ab dem 22. Februar in den deutschen Kinos läuft. Ich bin erst du, ich habe schon das gute FCKW-Hasper rausgeholt und heute bei mir ist der Rino. Hallo Rino. Hallo, guten Abend. Ich weiß noch nicht so viel über dich, ich werde dich jetzt quasi hier richtig mal kennenlernen, aber eine Frage hätte ich, wie viel von den 80ern hast du mitbekommen? Sechs Jahre, beziehungsweise erlebt, mitbekommen dann noch einen kleinen Teil davon, aber der Anfang der 90er ist ja auch noch quasi 80er. Ja, ja. Also dann haben wir beide auf jeden Fall die Wiedervereinigung live miterlebt, kann man sagen. Ja, obwohl ich da noch nicht in Deutschland gelebt habe, von daher auch nur aus den Nachrichten quasi. Okay, ja ein Mann mit sieben Siegeln, das wird noch spannend, habe ich das Gefühl. Aber lieber Rino, sei mir nicht böse, es soll heute nicht nur um dich gehen, sondern eben auch um Lisa Frankenstein oder Frankenstein. Was ist dir lieber? Ich sag Frankenstein, oder? Ja, komm. Ja, irgendwie schon, das ist sowas Urdeutsches ja auch, wenn man ehrlich ist. Frankenstein finde ich schon so teutonisch. Ja. Okay, gut. Lisa Frankenstein ist aber kein teutonischer Film, sondern ein amerikanischer. Und es ist das Regiedebüt von Zelda Williams, die tatsächlich die Tochter ist vom leider viel zu früh verstorbenen Robin Williams. und ist dazu auch noch ein Film, der geschrieben worden ist, von Oscar-Preisträgerin Diablo Cody. Ist dir der Name Diablo Cody ein Begriff? Nein, tatsächlich nicht. Ich kannte Zelda natürlich, optisch vor allem von ihrem damaligen Auftritt in einem Werbespot mit ihrem Papa. Ich glaube, zu Skyward Sword war das Spiel damals. Da kennen, glaube ich, die meisten sie aus dem Fernsehen. Und da war sie aber noch ganz klein. Ja, jetzt ist sie ganz groß und hat einen Film gedreht. Und Diablo Cody hat einen Oscar bekommen für das Drehbuch von Juno. Wenn du dich vielleicht erinnerst, das war damals ja so ein kleiner Hype-Film, der ja Ellen Page bekannt gemacht hat und auch Michael Cera. Und sie hat danach relativ viel Furore gesorgt, weil sie halt eben dann diesen Horrorfilm geschrieben hat, Jennifers Body, der aber wirklich untergegangen ist. Und jetzt ist eben Lisa Frankenstein so ihr zweiter, oder ihr zweites Horror-Drehbuch, wenn man so will. Ob das gelungen ist, ob das ein Film ist, wo wir beide sagen, den solltet ihr euch angucken, das werden wir jetzt herausfinden. Und bevor wir das herausfinden, steht eine Frage im Raum, nämlich, worum geht es eigentlich in Lisa Frankenstein? Und der Rino hat die Antwort. Genau. Also, Lisa Frankenstein ist ein Film über eine junge Frau, die in den 80er Jahren tatsächlich auch in den USA an einer Highschool zur Schule geht und da so ein bisschen der Neuankömmling, aber auch ein bisschen die Außenseiterin ist. Und nach einem verhängnisvollen und auch verheißungsvollen Abend bei einer Einstiegsparty die sich wünscht, mit ihrer großen platonischen, unbekannten Liebe zusammen zu sein. Nämlich ein junger, frühverstorbener Mann, der nur ein Grabstein ist im Prinzip, eine Büste auf einem verlassenen Friedhof, den sie immer gerne versucht. Und dieser Wunsch wird ihr dann tatsächlich erfüllt. Und von da an gehen dann die Eskapaden los. Vielen Dank. Ich bin ja kein so großer Fan, immer Filme zu vergleichen mit dieser Film ist ungefähr, wenn du dir den Film vorstellst, nur irgendwie auf links gedreht. Ich finde aber, dieser Frankenstein kann man wirklich ganz gut beschreiben mit Tim Burton trifft auf John Hughes. Weil, das ist ja wirklich so, dass dieses, ich nenne es mal ganz profan Emo-Mädchen, diese Deezer, gespielt von Catherine Newton. Und die frönt ja schon so ein bisschen diesem Emo-Lifestyle, den es so Ende der 80er-Jahre gibt. Also, sie hört gerne die Cure, sie trägt eher dunkle Klamotten und fühlt sich auch, naja, typisch Teenager, missverstanden von der Welt. Und sie begehrt ja, wobei ist begehrt das richtige Wort, aber du hast ja schon gesagt, sie kennt ja diesen Typen gar nicht. Also, sie himmelt ja diesen Grabstein an. Es ist so dieses obligatorische Teenager-Ding, ich begehre etwas, was nur ich verstehe, weil ich bin etwas Besonderes. Ich fand das von der Ausgangslage nicht uninteressant. Nein, ich muss einmal kurz einwerfen, bevor die Leute mit Steinen werfen auf dich, weil du Emo sagst, das ist ja zu der Zeit noch waschechter Goff. Muss man ja schon sagen. Und auch bei Lisa im Zimmer, Adleraugen werden viele Poster sehen und erkennen, die da sehr authentisch der Szene zuzuordnen sind. Nicht nur Cure wird erwähnt, aber wir haben auch Bauhaus im Hintergrund und ganz viele solche Dinge. Das hat mir schon Spaß gemacht, da reinzugucken und diese kleinen Details da zu entdecken. Konntest du, also oder warst du als junger Mann vielleicht auch in dieser Goff-Szene unterwegs? Weil das klang jetzt so, als ob du ein bisschen Erfahrung hast. Nein, gab es bei uns nicht. Ich bin in einer Schweizer Kleinstadt groß geworden und da gab es keine Goff-Szene. Da gab es auch sonst nicht wahnsinnig viel Außenseitrisches. Da war man dann so ein bisschen alleine. Ich war da mehr der Metalhead in der Ecke und das dann mehr oder weniger allein auf großer Flur. Goff hat mich dann später tatsächlich ein bisschen interessiert. Also so ein bisschen Backgroundwissen schon, aber ich war richtig in der Szene drin, war ich nicht. Okay, dann danke ich dir aber schon mal dafür, dass du mich vor Steinen bewahrt hast, die sonst geflogen wären, weil ich bin tatsächlich in dieser Thematik nicht so richtig drin. Aber wie hast du, also du hast ja schon gesagt, dass du relativ viel erkannt hast. Hat es dir denn Spaß gemacht, in diese Welt abzutauchen, die dir der Film da liefert? Oder war es dir dann noch vielleicht zu fremd oder vielleicht auch ein bisschen zu artifiziell? Weil es ja letztlich auch eine Art der Nostalgie ist und so eine Art Vergangenheitsbesoffensein, nenne ich es mal. Ich fand, der Teil hat ganz gut gepasst. Was dann ja auch noch auf die Nostalgiewelle ein bisschen drauf hat, ist Lisa Frankensteins Liebe für Stummfilm und solche Geschichten. Und da haben wir auch ganz viele Sachen im Hintergrund, die da auftauchen, die auch im Skript so ein bisschen drin sind. Dieses bekannte Bild von dem Mond mit der Kanonenkugel drin, das taucht zum Beispiel ganz viel auf und solche Sachen. Und da habe ich den Bezug dann teilweise nicht so recht gefunden irgendwie. Also da hatte ich nicht so recht das Gefühl, dass sie der Typ dafür ist. Das war ein bisschen oberflächlich, fand ich. Ich fand halt, dass einiges auch so ein bisschen geschrien hat, nach dem Einmaleines des Outsidertums. Also wie stellt jemand sich so einen Outsider vor, nämlich genauso wie halt diese Lisa halt ist. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich sie von der Figurenzeichnung her gar nicht mal so uninteressant finde. Ich finde auch, dass die Catherine Newton, die man ja unter anderem aus diesem Freaky kennt oder aus dem letzten Ant-Man, da auch einen relativ guten Job macht, dieser Figur Leben einzuhauen, irgendwie passend. Aber irgendwann war es mir zu viel. Es wirkte irgendwann alles mir zu unecht. Ich fand sie auch in der Rolle eigentlich ziemlich super. Ich fand auch die Kostüme toll, die sie da aufs Parkett geschmissen haben. Das war schon zum Gucken gab es da echt viel Gutes, fand ich. Bei mir ist dann auch noch nach relativ kurzer Weile in dem Film so ein bisschen, war ich ein bisschen ernüchtert langsam. Ich fand irgendwie, dass auch die Witze nicht so richtig landen oft. Und vom Timing her wird auch alles ein bisschen holprig, fand ich. Timing ein bisschen off. Ich fand die Charaktere dann auch irgendwie dann doch schwer einzuordnen. Gerade bei ihr auch. Ist sie jetzt so ein Outsider oder ist sie dieses coole Goth-It-Girl? Fehlt ihr da der Anschluss? Aber den will sie ja irgendwie auch gar nicht. Und jetzt so richtig diese Außenseiter-Probleme hat sie ja auch gar nicht. Das stimmt. Auf der anderen Seite, also ich habe erst letztes Jahr zum allerersten Mal Tim Burton's Beetlejuice gesehen. Und ich muss sagen, dass die Rolle von Riona Ryder mich schon ein bisschen auch jetzt an Lisa erinnert hat. Wobei es bei Beetlejuice dann auch besser zur Geltung kam. Auch wie die Umwelt auf sie reagiert. Also gerade ihr Vater zum Beispiel, der ist zwar da, aber ich fragte mich wirklich, ist das eine Parodie? Wie? Oder soll das eine Kritik sein? Aber ich wusste nicht, was dieser Vater soll, weil der reagierte immer unpassend, fand ich. Na, er ist halt einfach der Dad aus Stranger Things. Ist auch derselbe Schauspieler. Und der hat jetzt einfach hier nochmal exakt dieselbe Rolle gekriegt. Der ist so dieser Vater, der halt anwesend ist irgendwie. Aber null Autorität hat und auch null Bock hat, irgendwie durchzugreifen. Und dadurch so eine Karikatur ist von dem typischen amerikanischen Vater, der am Frühstückstisch Zeitungen liest. Und von dem die Mutter dann erwartet, ey, jetzt sag doch mal was. Und dann fällt ihm auch nichts ein. Also Karikatur ist ein gutes Stichwort, weil der Film ist davon überbevölkert. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ihre Stiefschwester eigentlich auch eine Karikatur ist. Das aber tatsächlich die einzige oder mit einer der wenigen Figuren ist, die Lisa aber dann doch so nimmt, wie sie ist. Und obwohl das eben so ein All-American Cheerleader-Girl ist, die auch sehr darauf bedacht ist, dass sie gut aussieht und dass sie beliebt ist. Ist es doch einer der wenigen Figuren, die Lisa so ein bisschen, ja, Zugehörigkeit schenkt. Das fand ich, das fand ich einen guten Kniff. Das war vielleicht das Einzige im ganzen Film, wo ich wirklich sage, das hat für mich überraschenderweise funktioniert und davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ja, stimmt. Da fand ich die Chemie auch irgendwie ganz gut. Da fand ich auch die Witze zwischen den beiden waren die, die fast am besten funktioniert haben im Film. Und da konnte ich auch so ein bisschen die Dekonstruktion von dem ganzen Highschool-Genre so ein bisschen am meisten greifen. Und bei vielen anderen Sachen war es dann aber, war ich mir nicht sicher, ist das jetzt so gemeint oder klappt das einfach nur nicht so richtig? Ja, also dieses klappt halt nur nicht so richtig, das zieht sich für mich auch durch den ganzen Film. Jeder kennt das vielleicht, man hat so einen Film vor sich und man will ihn mögen. Da sind so viele Faktoren drin, wo man sagt so, ja, darauf habe ich Lust, das macht mir normalerweise Spaß, das sieht interessant aus. Aber in Gänze klappt das einfach nicht. Und das hatte ich bei Lisa Frankenstein. Ich wollte diesen Film wirklich mögen. Ich habe mich auf diesen Film sehr gefreut. Ich finde Diablo Cody sehr interessant. Ich finde, dass Zelda Williams eine interessante Persönlichkeit ist. Man merkt, dass da auch wirklich viel Herzblut drin steckt. Aber es funktioniert als Ganzes leider überhaupt gar nicht, muss ich leider sagen. Ich war sehr enttäuscht. Ja, es ging mir genauso. Es ging mir exakt so. Ich hatte super Lust darauf, auf den Film. Wir haben unvermittelt damals den Trailer vor Poor Things, lustigerweise, zu sehen bekommen. Der ja irgendwie auch so ein bisschen artverwandt ist. Vom Frankenstein-Thema her so ein bisschen. Und dann hat das irgendwie mich auch nicht so richtig mitgenommen. Und der Plot geht nicht so recht auf. Also es gibt da eine Auflösung. Aber die ist irgendwie auch sehr vorhersehbar, fand ich. Und irgendwie auch unverdient am Ende. Also auch den Bogen, den ihr Charakter irgendwie durchmacht, ist irgendwie seltsam. Und das Ganze wirkt so ein bisschen, ja, der ganze Film wirkt so ein bisschen frankensteinig zusammengestückelt. Zumindest die Handlung. Definitiv. Ja, und bei der Handlung gibt es auch einen Punkt, den ich nicht verstehe. Und zwar, das kann man glaube ich verraten, weil es sehr früh in der Handlung thematisiert wird. Lisa hat ja ihre Mutter verloren. Und zwar ist ein maskierter Mörder eingedrungen und hat die Mutter umgebracht, während Lisa sich irgendwie versteckt hat und die Polizei rufen konnte. Und ich dachte halt die ganze Zeit, das ist so eine Geschichte, die man halt erzählt. Die ist so ein Gerücht, dass sie die Runde macht, bis es irgendwie jeder glaubt. Aber im Film ist es dann relativ schnell klar, nee, es ist wirklich so passiert. Aber sie machen daraus gar nichts mehr. Und ich frage mich, warum etikrierst du so einen Bestandteil in ihrer Biografie, den du aber nie wieder weiter irgendwie hervorholst? Ja. Ich wusste nicht, was das sollte. Es hat mich, also ich habe nicht verstanden, was das, also Red Herring heißt es ja so schön. Aber dafür ist das zu markant, finde ich. Ja, und genau mit der Szene und mit dem Plotpunkt hast du dann auch diese Szene ganz am Anfang, wo die Schwester den Leuten, den Kids an der Party das erzählt, beziehungsweise verrät und sagt, das darf ich euch ja eigentlich gar nicht sagen. Und das ist eigentlich ein super Gag, weil sie sagt, ich erzähle es jetzt dir persönlich. Und dann nach jedem Cut ist jemand mehr dabei, der dann natürlich mithört. Und da denkt man, okay, und dann kriegt das auch keinen Payoff mehr. Also das ist, gibt gar keinen Grund dafür, dass das jetzt nicht irgendwie allen erzählt werden durfte. Damit wird nachher auch nichts mehr gemacht, dass das jetzt jeder weiß. Ja, also ich finde es wirklich schade, aber der Film hat wirklich null, also es wirklich null richtig funktioniert bei mir. Und irgendwann wusste ich auch nicht so richtig, welche Stilistik möchte ich jetzt verfolgen. Weil diese Fusion aus John Hughes, 80er Jahre, Pretty in Pink und Breakfast Club, gemischt halt mit diesen, ja, Vibes eines frühen Tim Burton. Irgendwann, weiß nicht, hat sich das so gegenseitig fast schon aufgehoben. Irgendwann war es einfach nur so ein Schaulaufen. Hier hast du ein bisschen was Goffiges, hier hast du ein bisschen was Verspieltes, 80er Jahre mäßiges. Und irgendwann war der Film von sich so stilistisch fast ein bisschen selbstbesoffen, hatte ich das Gefühl. Und er versucht natürlich auch ein paar Haken zu schlagen. Es gibt auch so ein paar Momente, wo er auch sehr deutlich dem schwarzen Humor frönt. Man kann auch gerne sagen, dass der Film so ein bisschen so ein postpubertärer Natural Born Killers versucht zu sein, was er aber auch nicht richtig schafft. Und am Ende bleibt bei mir so ein komplettes Gefühl von Gleichgültigkeit zurück. Und das ist sehr schade. Also es ist kein Film, der mich aufregt, aber der auch sonst keinerlei großen Emotionen bei mir ausgelöst hat. Das finde ich wirklich bedauerlich. Nö, es gibt halt auch nichts, worüber man sich groß aufregen könnte. Und das ist fast ein bisschen schade. Also ich wäre lieber noch verärgerter aus dem Film rausgegangen, als so wie es jetzt war. Aber ja, ich stimme dir da leider total zu. Wohl ein kleines Highlight, das wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, muss ich sagen. Ich fand den Schauspieler von der Creature, von dem Monster, der hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich finde, der hat seine Rolle eigentlich sehr gut gemacht. Und auch eben später, wenn es da ein bisschen eskaliert, die Szenen mit ihm, fand ich, die haben mir am meisten Spaß gemacht im ganzen Film. Leider ist es dann aber auch irgendwie zu wenig. Und geht dann, da passiert lange nicht wirklich viel Relevantes mit ihm. Und dann plötzlich kommt alles auf einmal. Ja, der Darsteller ist übrigens Cole Sprouse. Und der hat wohl damals Zack und Cody gemacht. Irgend so eine Disney-TV-Serie, für die ich aber damals schon zu alt war. Das sagt mir vom Namen her was, aber eine ordnen könnte ich da jetzt nicht. Wir sind dafür einfach zu alt. Aber ich bin sicher, wenn ihr jetzt irgendwie Anfang 20 seid, dann werdet ihr bestimmt wissen, wer Cole Sprouse ist. Und der hat eine gute Ausstrahlung. Also er redet ja wirklich im gesamten Film nicht. Weil dieser Figur, ja, oder dieser, dieser, diesem, ja, er hat ja keinen Namen, aber der Kreatur halt einfach wichtige Körperfunktionen fehlt oder Körperteile fehlt. Was ja dazu führt, dass sie dann auf eine Art, ja, ich möchte nicht sagen Killing Spree gehen, aber dass es eben dann ein paar Leute weniger dann plötzlich durch den Film wandern, weil die Figur, weil die Figuren halt eben Ersatzteile brauchen. Aber er hat eine Ausstrahlung. Das kann man ihm nicht nehmen. Er hat wirklich eine Ausstrahlung. Genau wie Catherine Newton. Aber, ja, wie gesagt, so der ganze Look and Feel des Films, am Anfang ist es interessant und irgendwann habe ich mich halt satt gesehen und dann bietet der Film auch leider gar nichts mehr. Ja, das unterschreibe ich so genau, ja. Ging mir, ging mir genau gleich. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir so auf einer Wellenlänge sind, weil, äh, wenn man keine so richtigen Reibungspunkte hat, dann, ja, vielleicht, das können wir noch finden. Findest du irgendwas doof, was ich gut finde? Ich weiß es nicht, man darf jetzt auch nicht zu viel verraten, deswegen, ne, mich, mich ärgert dann halt vor allem irgendwie, dass, dass, die, die Entwicklung der Geschichte gegen Ende und da jetzt zu groß, groß drüber zu reden, wird dann leider zu viel verraten, fürchte ich. Ja, ähm, was man vielleicht sagen kann ist, ich finde, dass der einen sehr schönen Score hat. Also, er schafft da gut so die Balance aus so dem obligatorischen 80er Jahre oder 80s, äh, Goff-Soundtrack, aber auch so wirklich so ein paar Indie-Perlen, also sowas wie Galaxy 500 sind zum Beispiel mit dabei, die ich, äh, durch den Film kennengelernt habe und seitdem auch rauf und runter höre, aber, ja. Ja, viele gute Songs im Soundtrack, auf jeden Fall, auch die obligatorische, moody, neu aufgenommene, düster Version von einem, äh, Pop-Klassiker ist auch drin. Natürlich, muss sein. Na klar. Ja, fand ich gut, Soundtrack, Soundtrack gibt's absolut nichts zu meckern, auch wie's in den Film integriert ist, äh, es ist, es ist recht viel, aber ich find, das passt halt sehr gut zu dem Film, also, das hat durchaus was beigetragen, fand ich. Kannst du dir denn vorstellen, weil es erinnert mich grad so ein bisschen an diesen Jennifer's Body, der jetzt auch 15 Jahre auf dem Buckel hat, der auch relativ negativ besprochen worden ist, weil die, aktuell die Stimmen für Lisa Frankenstein nicht so positiv ausgefallen sind und der auch in den USA sehr schwach gestartet ist. Ähm, glaubst du denn, dass der Film vielleicht das Potenzial hätte für eine kommende Generation oder für die aktuelle junge Generation in ein paar Jahren so als Kultfilm zu gelten oder glaubst du einfach, der Film, der wird einfach in Vergessenheit geraten und das war's? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dinge, die ich jetzt als holprig empfunden habe und komisches Timing im Schnitt und generell in den Dialogen und so, dass das einfach was ist, was bei mir jetzt schlecht reinkommt und was dann in späteren Jahren irgendwie als was besonders Tolles gilt. Äh, ich seh's nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich seh auch nicht wirklich, dass der Film jetzt visuell so viel crazy Sachen macht, die irgendwie später bleiben, die irgendwie besonders neu oder aufregend sind, was ja meistens bei den Kultfilmen dann doch irgendwie, irgendein Punkt ist da immer, dem man, dem man greifen kann und das hat der nicht. Also ich glaub, man kann grob sagen, ähm, wenn ihr euch für eine abgefahrene, äh, Frankenstein-Thematik interessiert, dann guckt vielleicht dann doch besser Poor Things, das ist dann noch der bessere Film, würde ich sagen und wenn euch danach ist, ein Film zu gucken, wo es um Vergangenheitsbewältigung geht, guckt All of Us Strangers. Ich von meiner Seite kann, äh, dieser Frankenstein jetzt keine Empfehlung aussprechen. Es ist jetzt kein Film, der mir wehgetan hat, aber ein Film, der mir halt leider komplett egal ist und wenn ich mir denke, was da eigentlich alles drin steckt, ist das fast schon auch eine Art Kunst, das zu schaffen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja, sehe ich, sehe ich auch so, ähm, ich hatte mich echt sehr gefreut auf eine, auf eine Horror-Komödie, die gibt's ja im Kino auch nicht mehr so viel zu sehen heutzutage, von daher leider schade, dass auch ich da nur höchstens eine lauwarme Empfehlung abgeben kann. Ja, gut. Dann sind wir hier mit durch, äh, vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt und wenn ihr uns da bewerten könnt, könnt ihr das gerne tun und natürlich bevorzugt von unserer Seite aus mit den, mit der vollen Punktzahl, fünf Sterne, acht Karotten, zwölf Zwiebeln, was es auch immer gibt, äh, ihr macht das schon, wir vertrauen da euch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Damit bin ich hier durch. Ich sage vielen Dank, Rino, für deine Zeit und ich sage Tschüss und ich sage Rino, das letzte Geburt gibt es dir. Auf Wiederhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.